Das muss ein lustiger Mann sein, der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof. Da sagt er einerseits, dass Richter eigentlich gar nicht die Kenntnisse hätten, um die schwierige Arbeit der Europäischen Zentralbank zu beurteilen. Sie sollten sich deshalb sehr zurückhalten. Aber dann urteilt er selbst, dass es in Ordnung wäre, falls die EZB Staatsanleihen in großem Stil aufkaufen sollte. Staatsfinanzierung, die ja verboten ist, sei das jedenfalls nicht. Und ganz nebenbei beerdigt er auch noch die umstrittene Troika. Irgendwie hatte man das so erwartet. Und erwarten kann man auch, dass das Europäische Gericht als Ganzes dieser Auffassung im Wesentlichen folgt. Aber erst dann wird es spannend. Da nämlich muss das Bundesverfassungsgericht, das all das bisher erkennbar anders sah, entscheiden, ob es ebenfalls folgt. Oder ob es einen bisher nie dagewesenen Konflikt der höchsten Gerichte anzettelt. Er hätte erhebliche Folgen. Auch Karlsruhe hat bisher immer zugunsten des Euro entschieden. Aber es hat sich dabei stets auf Annahmen gestützt, die sich immer weniger als wahr erweisen. Eine Haftungsgemeinschaft sollte es nicht geben, aber wir haben sie. Staatsfinanzierung durch Zentralbankgeld ist verboten, aber es gibt sie, wenn auch indirekt. Die Zentralbank sollte ein stabiler Leuchtturm sein. Stattdessen rennt sie den Finanzmärkten nach. Die Väter des Euro haben die wirtschaftlichen Folgen einer gemeinsamen Währung fast völlig ignoriert. Sie waren verantwortungslos. Jetzt leiden ganze Gesellschaften unter den Anpassungen an diese Währung. Sie zerreißen Europa. Und statt der versprochenen Stärke ist das Wachstum in der Eurozone seit Jahren schwächer als außerhalb. Es sind Reparaturarbeiten, die jetzt überall stattfinden. Auch bei der EZB, auch bei den Gerichten. Blanke Not führt dabei Regie. Und auch viel Opportunismus. Blanke Not.